Leute, Leute, vergesst die normalen PC-Lüfter. Das ist eine Revolution. Ein Startup hat eine PC-Kühlung komplett ohne Lüfter entwickelt. Heißt, endlich volle Leistung ohne Lärm. Das Teil heißt Airjet und so funktioniert es. Membranen schwingen im Ultraschallbereich und erzeugen eine Saugkraft. Die Luft wird mit 200 Stundenkilometer durch Löcher auf der Oberseite gezogen. Der Airjet ist 2,8 mm dünn, staubdicht und mit 21 dBA sehr leise. Das ist wie ein Flüstern in 1 Meter Entfernung. Und doch soll er 10 Mal so effizient wie eine herkömmliche Luftkühlung sein. Drei Airjets sollen einen 15 Zoll Laptop kühlen können. Das Startup steht mit der Entwicklung noch am Anfang. Aber bereits in diesem Jahr sollen erste Geräte mit den Airjets auf den Markt kommen. Lass einen Kommentar da, wenn du so einen Teil brauchst.